hallo und herzlich willkommen zurück zu spirit of the island ja mit diesen schaurig schönen wetter okay wir lassen das mit dem schönen mal lieber weg muss ich euch leider hier willkommen heißen und ich kann hier noch mal eben was nehmen ich habe jetzt das handwerk auf level 2 aufgerüstet und ich ach genau und ich hatte jetzt auch zwischendurch noch was hergestellt damit ich noch eine kleine truhe machen kann die wollte ich hier ungefähr hinstellen damit ich dann da nahrungsmittel rein tun kann ist natürlich ein bisschen blöd also hier zum beispiel den salat der läuft denke ich mal auch ab also da wird wahrscheinlich auch welk werden aber irgendwo muss er jetzt erstmal hin in der zeit während ich jetzt hier ach so die hat übrigens auch gemacht diese kleine truhe und ganz viel feuerholz damit ich ja im handwerk halt ein bisschen höher komme so das müssen wir noch drin lassen das müssen wir noch abgeben das verkaufen die sind immer noch auf 66 da passiert auch nicht allzu viel okay dann schauen wir jetzt mal hier wasserpumpe können wir theoretisch herstellen wir brauchen aber eisenbarren haben wir überhaupt noch eisen das ist jetzt die frage ich bin ja nicht mehr durch ich habe mir das ja alles so wunderbar rein okay wir haben noch eisen aber ich werde definitiv auch noch mal neues farmen ach so ich brauche dann aber auch feuerholz so ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet wir machen mal fünf eisenbarren ja fünf war richtig okay dann brauche ich schrauben wofür ich vermutlich wieder neue eisenbarren brauche fünf schrauben fünf seile seile pflanzenfasern habe ich nicht nur pflanzenfasern drin habe ich die gerade weggetan ach so ok hat ich weggetan fünf seile und fünf schrauben da muss ich jetzt gleich drauf warten das eisen die eisenbarren haben wir müssen mal gucken was wir dann brauchen für die schrauben also wie viele eisenbarren würde dann dafür brauchen ach ja es ist zumindest das wetter wieder ein bisschen aufgeklärt das ist doch schön im wahren leben ist es draußen gerade 31 grad das ist irgendwie auch schön aber irgendwie auch nicht weil es einfach viel zu warm ist fünf schrauben eine packung dafür habe ich jetzt mein eisenerz ja genau da müssen wir noch ein eisenerz machen zack es geht ja schnell nur es muss halt alles da sein komm mach schneller du räudige werkstätte sonst haue ich dich mit meinem buschmesser räudiger handwerkstisch so eine wasserpumpe okay da wo ich sie hinstellen wollte kann ich sie nicht hinstellen ich weiß nicht ob ich diese hoch machen soll ist relativ dann nah dran machen wir mal so 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 dann die kieskanne probieren wir doch mal direkt aus yes perfekt sehr schön okay dann müssen wir den weizen noch rüberbringen aber dafür jetzt stehe ich die ganze zeit mit der kieskanne rum acht stunden ne acht stunden ist nicht maximum machen wir mal neun stunden bis ich dann drüben bin sollten ihr normalerweise alle wach sein und neun stunden schlaf ist ja auch ein recht guter schlaf so so von wegen bis ich drüben bin ja toll jetzt haben wir natürlich hier alles fertig hier ist noch nichts doch da ist doch was hallo ja perfekt dann können wir eigentlich auch direkt eine mahlzeit machen wir hatten das doch beim letzten mal der ist jetzt auch schon dran dass er verwelken möchte genau kleiner salat perfekt elf stück jetzt können wir zwölf machen wenn ich zweimal drauf drücke okay zwölf stück ähm frage ist wie lange dauert das ganze warum muss ich um salat zu machen irgendwelche sachen kochen das erschließt sich mir jetzt irgendwie nicht so ganz aber okay eine sache fällt mir übrigens gerade noch ein wir wollten ja auch eine angel machen ich meine die war hier irgendwo können wir nicht schon machen die können wir machen qualitäts angel nicht dafür müssen wir dann mehr angeln dann brauchen wir wieder einmal nägel seil und zwei holzplatten nägel seil und zwei holzplatten haben wir noch haben wir natürlich nicht machen wir einmal so fürs seil habe ich denn doch dafür habe ich noch genug dabei so seil habe ich nägel und achso das muss ich ja jetzt auch da dran machen noch eine holzplatte muss ich machen habe ich denn noch nicht habe nur das feuerholz hier drin da muss ich noch schnell den letzten rest mitnehmen also ich noch eine holzplatte machen kann da ist das essen schon fast schneller fertig als unser handwerks tisch hallo naja ne jetzt hat er überholt okay so eine holzplatte okay wir können nur zwei machen dann schauen wir mal direkt nach dem essen zack kleiner salat das ist natürlich jetzt müssen wir sowieso was essen moment jetzt müssen wir erst mal hier gucken das müssen wir erst mal wieder raus machen so dann das legen wir auf die fünf würde ich sagen ja ich habe weniger hunger genau es ist doch schon ein ganzes stück was man dadurch also bei den äpfeln meine ich brauche ich tatsächlich wesentlich mehr die können wir auch noch mal eben trinken jetzt haben wir natürlich moment dann machen wir das so dann legen wir die dahin weil die äpfel werden jetzt schlecht beute an zwei tage beute an sechs tage also ich denke mal dass beute an das ist wann das ganze dann schlecht wird und es gibt im vergleich zu 20 gibt es 50 prozent also das ist doch schon so einiges gut dann machen wir das jetzt noch auf die fünf jetzt müssen wir nicht mehr so lange laufen das ist schön so eine angel wollten wir bauen ne die können wir aber noch hier dran bauen eine angel zack okay die nehmen wir mit die haben wir jetzt auf der fünf die probieren wir so jetzt haben wir sie ausgerüstet die probieren wir auch direkt mal aus ich habe mir das mal erklären lassen weil das soll wohl ziemlich kompliziert sein kann ich hier schon drücken nein einen köder für kleine fische moment ich habe doch einen wurm dabei könnte zum fangen von fischen und für so manch ein rezept verwendet werden äh ich habe doch einen köder oder muss ich jetzt selber einen machen warte moment äh warum brauche ich einen köder und was für einen köder brauche ich hier das erschließt sich mir nicht so ganz köder für kleine fische ach würmer und fett ah ok ne da habe ich kein fett dran dann sind die ja gar nicht so billig ich meine wo soll ich das ganze fett bitte herkriegen ok also wir machen mal fünf zum probieren ich habe keine ahnung oh gott ich habe mir das mal erklären lassen also der epi spielt das spiel ja auch und ähm der meinte es ist sehr kompliziert zu angeln und wenn ich das jetzt alles richtig mache sollte das aber theoretisch funktionieren was ist denn das hier unten rechts dass da die ganze zeit kaffee so eine kaffeetasse und der blitz dran sind keine ahnung ich weiß nicht was das bedeutet dann sagt das doch einfach irgendwo beim tutorial so darf ich jetzt die angel benutzen ja darf ich jetzt muss man warten bis ein fisch anbeißt und man darf nicht den fehler machen einmal zu klicken sondern man muss warten ich habe jetzt natürlich einen fehler gemacht bis die grüne bis dieser grüne die grüne hand kommt und dann muss man ganz aufdrücken bis die grüne hand wieder weg ist ja es hat geklappt wunderbar also nochmal immer auf die grüne hand warten und sobald die grüne hand drin ist ganz aufklicken bis die grüne hand wieder weg ist dann geht es nämlich wieder runter buntbarsch cool ja geil ist doch sehr viel einfacher als ich gedacht hatte wenn man weiß wie es geht okay noch ein buntbarsch ja wir nehmen jetzt mal einfach die restlichen Köder auch noch vielleicht können wir die ja auch bei dem Typen verkaufen oder so vielleicht können wir damit auch ein Gericht machen keine ahnung theoretischerweise müssten wir das ja auch verkaufen können wenn wir damit ein Gericht machen noch ein Koi einen haben wir glaube ich noch also kein Koi sondern ein Köder na ey was war das denn gerade wie seid ihr denn weggezogen ach weil keine Fische da sind oder was müssen auch die Fische tatsächlich da sein oh okay also die Fische müssen dann auch tatsächlich da sein wo man die angeln will was irgendwie logisch ist wenn man so drüber nachdenkt aber wo ich jetzt tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht habe ähm die Würmer haben wir noch aber wir haben keine Dings mehr das Problem ist halt die Sache mit dem Fett ne ich meine wenn wir viel mehr von diesen dämlichen Tentakeln hier haben würden jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt können wir da irgendwas wir können nichts mit Fisch machen Eiersalat Gegengift da ist nichts mit Fisch bei echt jetzt Sushi hätten wir ah ach so da muss man verschiedene ah okay können wir allerdings auch noch alles nicht machen dann würde ich sagen wir versuchen das jetzt erstmal zu verkaufen aber wir müssen vorher dringend mal unsere Sachen wieder weg tun also Eisenerz nein ich will das haben wo ich vorstehe so die Sachen haue ich jetzt mal einfach hier rein zack und daneben haben wir auch noch Platz ähm das rein das müssen wir mitnehmen das brauchen wir jetzt gerade nicht die Angel brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht aber gut wir haben ja jetzt genug Platz soweit so dann laufen wir nochmal ganz schnell ach jetzt braucht ihr wieder Wasser ja super ähm es kann natürlich sein dass wir dass es nicht wächst ohne dass man Wasser drauf macht müsste ich mal ausprobieren aber man will halt natürlich immer das ganze gießen wenn man es sieht und ich kann es halt nur jetzt gerade nicht weil ich gerade kein keine Zeit dafür habe so aber die Tentakel die kommen mir gerade nicht wieder ne hier können wir nochmal ein Pläuschchen halten viele Leute haben versucht mir zu helfen aber ich kann mich immer noch nicht erinnern wie ich nach Malouia gekommen bin vielleicht ist es besser so es gibt hier so viele interessante Dinge ich weiß nicht ob ich jemals wieder nach Hause zurückkehren werde wenn du dich nicht an die Vergangenheit erinnerst lebe in der Gegenwart das Wichtigste ist das hier und jetzt Malouia ist wunderschön und die Vergangenheit ist vorbei das ist die gleiche positive Einstellung die ich auch habe es gibt keinen Grund sich zu viele Gedanken darüber zu machen ich bin glücklich einen so schönen Ort wie Malouia gefunden zu haben ja ne kann ich verstehen hier ist es wirklich traumhaft schön abgesehen jetzt mal von den Viechern die einen angreifen ähm naja also die sind auf jeden Fall nicht oder ich hatte die stehen gelassen das kann natürlich auch sein ich gehe jetzt hier ich klappe jetzt hier jedes Haus ab so das ist ein Privathaus wo ist denn der Typ der Typ ist nach links unten ob der gerade an seinem Geschäft ist war das nicht hier doch da ah hier ist das Geschäft ich habe es gefunden hallo ich will mal eben handeln äh kann ich alles bei dir verkaufen müssen wir mal ausprobieren verkaufen zack okay das kann man wobei das denke ich mir mal warum ist das rot eigentlich weil ich es verkaufe also verkaufen möchte oder also die Fische ich weiß nicht ob man die eventuell unten bei dem Angler verkaufen kann weil ich glaube wir hatten festgestellt dass der auch Fische verkauft oder machen das mal kann ich hier kann ich so nicht rausgehen ähm unterhalten möchte ich mich auch nochmal kurz hast du schon einmal darüber nachgedacht dass die meisten Menschen dem was sie hatten nur dann einen Wert beimessen wenn sie es verlieren das gilt auch für Geld ich denke was wir wertschätzen ist weit wertvoller als Geld hast du Geldprobleme genau das ist ein guter Punkt ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht das ist schön denken hilft immer meistens zumindest ähm hier können wir runter okay wie merke ich mir das denn jetzt wo der ist in dem linken Viereck naja ob ich mir das merken kann ist noch die andere Sache Hallöchen Kuckuck nein will mit dir reden wie du siehst ist immer jemand an der Bar mit dem man sprechen oder einen leckeren Saft genießen kann außerdem hoffe ich dass dir das Service hier gefällt bisher kann ich mich nicht beschweren und die anderen Gäste auch nicht soweit ich weiß jo ich überlege mir immer was Neues um mehr Besucher anzulocken und bin mit dem Ergebnis soweit zufrieden wenn das so weiter geht werde ich bald mehr Personal einstellen müssen jo und wir haben jetzt hier eine Kokosnuss erwischt zufälligerweise Hallöchen hallo hallo Gameplayerin ich hoffe bei dir ist alles in Ordnung Touristen werden wirklich gebraucht verstehe mich nicht falsch und Angeln ist ohne Zweifel ein Vergnügen aber der Mangel an Touristen die meinen Fisch kaufen lässt mich auch weniger angeln tut mir leid das zu hören Buber aber ich weiß dass neue Touristen kommen werden es ist nur eine Frage der Zeit Zeit ist etwas das ich sehr schätze manche Dinge passieren aber eben nur auf lange Sicht einer der besten Tage die ich in meiner Angelkarriere hatte hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen okay guten Abend okay also bei ihm kann ich anscheinend nicht verkaufen ich meine ich konnte bei ihm irgendwie verkaufen hier drin bin ich aber nicht gewesen da ist ein Boot sehe ich gerade hey hey ein neues Gesicht ne eigentlich nicht hallo hallo mein Name ist Jack und ich habe die beste Bootswerkstatt der Insel früher habe ich Boote für Touristen gebaut oder Rundfahrten organisiert aber jetzt sind die Zeiten hart und weißt du warum sie hart sind weil es keine Kunden gibt diese verfluchten Piraten haben alle vertrieben aber entschuldige wie war nochmal dein Name immer mit der Ruhe bei deiner Energie bin ich mir sicher dass sie eines Tages zurückkommen werden mein Name ist Gameplayerin und ich besitze seit kurzem ein Grundstück auf der Nachbarsinsel vielleicht kann ich in Zukunft bei dem Piratenproblem helfen genau oh ja sie werden zurückkommen sie lieben meine Boote hahaha aber ja Scherze beiseite Scherze beiseite danke für deine Hilfe übrigens solltest du Boote brauchen dann komm bitte zu mir ich baue kleine und große Boote ich brauche nur das nötige Material und du weißt schon ein paar Münzen um meinen Laden am Laufen zu halten hey vielleicht kannst du später wiederkommen dann erzähle ich dir was ich für den Bootsbau brauche außerdem werde ich von Zeit zu Zeit Hilfe brauchen weil ich oft Material benötige um Boote für die Stadt zu bauen oder zu reparieren netter Schnackjunge äh ok netter Schnackjunge also mit machen kann man so nichts ach ne ist nur Algen oder so ja hatten wir nicht bei uns mal ein Bötchen gefunden irgendwie hier unten hier südliche Anlegestelle hab ich das jetzt falsch in Erinnerung ich weiß es nicht ich dachte eigentlich dass wir bei uns auf der äh was mit dir hallo stopp halt nein ich hab deine dämlichen Bücher immer noch nicht gefunden ok geh einfach weg ich kann doch nichts dafür Mann ah wo sind die anderen denn unter mir rechts ist noch einer über mir links sind noch einige hallöchen bleib mal stehen hallo mein Freund hast du gefunden was ich brauche übrigens vielen Dank für deine Hilfe achso natürlich ich habe alles worum du mich gebeten hast du kannst immer auf mich zählen hey du hast noch nicht alles gebracht was ich brauche äh ich hab doch Weizen achso der will keine Weizensaat aaaaa ok Weizen geerntet hab ich noch nicht scheiße was ist das denn hier ich benötige einen der folgenden Gegenstände Ölbenzinkanister es gibt oh das muss ich mir aufschreiben ähm Öl äh ich sag mal beim Springbrunnen das ist auf jeden Fall was ganz wichtiges weil wenn wir später mal Öl brauchen muss ich wissen wo es das gibt äh nee mit dir nicht mit dir will ich reden oh hallo du bist es wieder mir wurde gesagt dass du nicht hier in der Stadt wohnst sondern auf einer nahegelegenen Insel richtig ich war noch nie dort wie ist es da oh es gibt nicht viel dort ähm ne um ehrlich zu sein ist es momentan ziemlich leer lass mich mal sehen es gibt dort jede Menge Bäume mein Haus ähm das war es auch glaube ich nicht viel also diese Stadt hat viel mehr zu bieten als meine Insel nein oh das sah für mich irgendwie am nettesten aus oh das scheint langweilig ja die anderen waren noch langweiliger toll hallo bei den wenigen Büchern in der Bibliothek mache ich mir Sorgen dass wir eines Tages keine Geschichten mehr haben werden die wir den Menschen erzählen können es wäre toll ein Spendensystem für Bücher zu haben findest du nicht auch das ist eine großartige Idee Samwell ich bin mir sicher dass wir jede Menge Spenden bekommen würden wenn wir es selbst organisieren ich liebe deinen Enthusiasmus wir brauchen mehr Leute die sich um die Bildung auf Malouia kümmern ich hoffe dass sich die Mentalität hier mit der Zeit ändert das wäre für alle ein guter Gewinn ja wenn ich daran denke dass meine halbe Wohnung quasi eine Bücherei ist ähm ja hallo Gameplayerin ich habe vorhin am Strand entspannt und kann jetzt meine Schuhe nirgends finden oh scheiße ich kann doch nicht überall barfuß laufen kannst du mir ein neues Paar Laufschuhe besorgen ich würde das jetzt oh äh oh das ist doch scheiße ich wollte gerade sagen ich würde das jetzt erstmal abbrechen weil ich gar nicht weiß ob ich sowas machen kann oder ob ich jetzt das Ding dafür herstellen kann und schon hat er mir das einfach rausgeworfen das finde ich aber nicht nett das finde ich wirklich gar nicht nett was war denn das für ein roter Baum da oben gerade Moment na ne oder ich weiß nicht ob ich mit der schon gesprochen habe ich suche gerade die Hexe eigentlich die sollte doch oben links von mir sein jetzt ist sie rechts von mir Moment da was sind das jetzt nochmal für Dinger keine Ahnung aha da ist noch Moment Handel achso Blumen okay Blumen habe ich leider keine stopp ich will mich auch unterhalten hey Gameplayerin du bist es wieder bist du wirklich hierher gekommen um mit mir zu reden oder bist du nur auf dem Weg woanders hin beides ich war gerade unterwegs und habe dich gesehen da dachte ich ich komme rüber und spreche mit dir wie geht's hm es könnte besser sein aber es gibt nicht viel was du dagegen tun kannst wie auch immer schön dich zu sehen ja finde ich auch oh was habe ich denn jetzt hier mitgenommen das wollte ich doch gar nicht aber ich habe hier was ganz anderes ich kann hier noch ein bisschen Fett holen sehr schön aber das verstehe ich nicht die kann ich nicht nehmen die kann ich nur kaputt machen und dann sind die tatsächlich kaputt davon kriege ich ja nichts hm kurios kurios okay oben links ist noch diese eine komische Ritterin da also ich sage immer Ritterin zu der weil die sieht irgendwie so stopp ich will mit dir reden hallo hallo Gameplayerin jetzt wo du mehr von den Inseln erkundet hast frage ich mich ob du dir keine Sorgen machst dass deine Ausrüstung zu einfach ist vielleicht würden dir bessere Waffen das Leben leichter machen ja habe ich auch schon drüber nachgedacht aber bisher habe ich jetzt noch nicht so die Gegner gehabt ähm daran habe ich neulich schon gedacht ich glaube ich brauche bessere Ausrüstung weißt du wo ich welche finden kann ja das tue ich ich schmiede normalerweise Waffen und Rüstung für die Bewohner der Stadt wenn du also etwas brauchst schau einfach bei mir vorbei und ich helfe dir gerne die passende Ausrüstung zu bekommen ah cool und wo wohnt die das wäre vielleicht auch noch ganz gut zu wissen hallo wo läuft die hin wahrscheinlich läuft sie obwohl naja vielleicht läuft sie jetzt auch nicht nach Hause ich weiß es nicht ähm Leuchtturm kamen wir glaube ich nicht hin ne oder haben wir das jetzt schon erkundet da oben ich bin mir jetzt nicht sicher nehmen wir nochmal die letzten paar Minuten hier mit da ist ein Gegner so der hat auch Fett dabei gehabt sehr schön bin ich aber irgendwie falsch oder ne da oben muss ich doch zum Leuchtturm beziehungsweise kann ich zum Leuchtturm ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ne neuer Standort entdeckt den hat man doch noch nicht entdeckt okay können wir jetzt aber auch hier nichts naja vielleicht müssen wir dann die Story hier ein bisschen weitermachen ähm damit wir da auch tatsächlich wie kommen wir denn da hin ich glaube das hatten wir zuletzt versucht zu erkunden ja 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 ich wollte nicht in dich reinlaufen zuletzt versucht zu erkunden und äh kam dann nicht darunter ne sehr schön okay oh ah waren wir hier schon drin nein waren wir noch nicht oh sehr geil aber ich habe keinen Platz mehr ne oh 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 ich gucke trotzdem mal eisensilberstein sind hier auch wieder Fledermäuse drin nein meine Tasche ist voll ich habe es geahnt ich habe es geahnt was haben wir denn hier Schatzkartenfragment oh wo habe ich das denn ach habe ich das aus der Krabbe bekommen nee oder ja 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 okay das können wir aber eigentlich komplett löschen hallo Spiel ähm ja mein Spiel möchte scheinbar nicht mehr ah wenn ich Escape drücke dann geht's Roterz hatten wir Roterz schon mal ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ich weiß aber nicht ob da noch was anderes kommt und ich habe jetzt na gut ich könnte die Kokosnuss zur Not noch wegwerfen nein wenn wir schon mal hier sind ne hier das können wir einsammeln nein das will ich ja auch nicht ach Leute ganz ehrlich das ist so ein großer Felsen okay den kann man anscheinend nicht ja kann man die alle nicht machen hier hallo den kann man machen vor allem Silber ist auf jeden Fall immer gut äh Moment da ist aber da ist was ich hoffe der friert jetzt nicht ein wenn ich die Kokosnuss jetzt hier lösche ich weiß nicht was der da macht Kupfererz okay also es sieht dann immer so aus als ob der eingefroren ist aber in Wahrheit muss man nur Escape drücken und dann funktioniert das also ich weiß auch nicht so genau ah ich wusste es und da sind ja zwei Sachen drin die wir nicht mehr aufnehmen können Steine könnte ich rein theoretisch wegwerfen aber gut ich könnte jetzt theoretisch auch den den Salatsamen und so ne Salatsamen löschen ja das andere sind sogar fünf na komm löschig Weizensamen ich meine es ist ja alles eingepflanzt da haben wir auf jeden Fall genug von Golderz oh wie geil aber so viele verschiedene Sachen normalerweise müsste man hier noch weitermachen können oder nein da ist schon wieder was Neues oh nein jetzt wollt ihr mich aber veräppeln hier was gibt es denn noch alles für verschiedene Sachen hier drin aber das Krabbenbein ist sehr teuer ich wollte ja die Fische verkaufen oh nein ich Idiot Steine löschen wir mal die kriegen wir ja immer wieder Grünerz eins müssten wir jetzt eigentlich noch ah das ist doch doof das ist doch doof 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 finde ich doch niemals wieder ach das ist hier oben unter den M von Leuchtturm ok jetzt kann ich da wieder mit niemandem mehr komme ich da überhaupt hoch ach so doch da kommt gleich eine Straße sollte zumindest äh Mädel ach nein jetzt bin ich müde jetzt kann ich erst recht nichts mehr machen oh das ist nicht euer ernst oh man ich hätte mir das gerne ja ich hätte mir und letztendlich euch das gerne erspart beziehungsweise hätte das sehr gerne mal ausprobiert jetzt können wir es natürlich nicht machen das heißt ich werde jetzt dazu gezwungen dass ich weil ich müde bin äh Moment jetzt bin ich am Steg da wollte ich gar nicht hin weil ich müde bin kann ich jetzt nichts mehr machen ich kann mit niemandem mehr sprechen ich kann nicht handeln nichts das ist total selten dämlich gemacht irgendwie in dem Spiel ähm ja ich würde da mal sagen dass ich fleißig weiter nach Hause laufe und die Sachen da mal ein bisschen los werde also so die ganzen Ärzte und so weiter und dass ich dann mal schaue dass ich ja in der nächsten Folge mit euch gucke ob ich eventuell schon Weizen habe wenn ich den natürlich selber machen muss ist das ein bisschen könnte ein bisschen eng werden ich weiß nämlich nicht wie lange der Weizen braucht ich habe nämlich nur noch zwei Tage übrig ähm ich weiß auch gar nicht ob der eine eventuell sogar Weizen verkaufen würde das wäre vielleicht auch noch eine Option aber ich glaube der hat nur Samen da drin der hat keine fertigen Sachen nein jetzt bin ich nicht in der Sackgasse oder? ne oh ich dachte gerade schon ja also ihr seht totales Chaos im Moment entsprechend bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder frisch frumm fröhlich frei wenn ich wieder ausgeschlafen bin und mein Inventar ein bisschen geleert habe bis dann ciao